Diese Diebe sind tierisch gut. Der Wagen steckt vor einem Bahnübergang fest. Die flinken Affen haben es auf die Orangen auf der Ladefläche abgesehen. Es hilft kein Hupen. Aussteigen wäre zu gefährlich. Makaken sind dafür bekannt, dass sie Lebensmittel und Gegenstände stehlen und sehr aggressiv werden können. Erst als das Auto anfährt, springen die gierigen Räuber von Bord. Die Affen sind in Thailand eine geschützte Art. Die berüchtigte Makakenstadt ist wegen seiner hohen Affenpopulation zu einem beliebten Touristenziel geworden. Doch die Anwohner fühlen sich von den Tieren bedroht, fordern schon länger von lokalen Behörden eine Änderung der Wildtierpolitik in städtischen Gebieten. Doch passiert ist sichtlich nichts. Und so geht das räuberische Affentheater einfach weiter. Die Anwohner Untertitelung des ZDF, 2020